Wie jeden Donnerstag traf ich mich mit meiner Clique in der Mufferthalle. Heute war ein neues Gesicht dabei. Wir unterhielten uns super. Das System gefiel mir mit seinen dunklen Haaren und seinen grünen Augen auf Anhieb. Nach einer Weile bot es an, mich zu begleiten. Gemeinsam marschierten wir zum Bahnhof. Ich genoss die Nähe des Systems. Zum Glück hatte das System sturmfreie Bude. In seinem Zimmer fing es gleich an, mich heftig zu küssen. Während wir auf seinem Bett lagen und es mich zärtlich streichelte, versicherte mir das System immer wieder, wie gern es mich habe. Ich hatte mich immer vor dem Schmerz beim ersten Mal gefürchtet. Doch das System war so liebevoll, dass es gar nicht wehtat, als es in mich eindrang. An diesem Tag hatte mich das System gefickt. Leider hat es sich danach nie wieder bei mir gemeldet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017